Das ist der Z6 CIMA Femtosekundenlaser. Das ist unser Standardlaser für die Femtolasik-Behandlung. Wodurch unterscheidet sich dieser Laser im Vergleich zu anderen Femtosekundenlasern? Der Laser arbeitet im sogenannten Megahertz-Bereich. Das heißt, es werden Millionen an Pulsen innerhalb von einem Quadratmillimeter geschossen und im Vergleich dazu andere Femtosekundenlaser arbeiten im Kilohertz-Bereich. Das heißt, es werden wesentlich weniger Pulse geschossen, dafür mit einer wesentlich höheren Energie. Hier ist die Energie minimal. Konsequenz für den Patienten, minimal invasiv und extrem schonend für die Hornhaut.